Moin Leute und herzlich willkommen, hier ist euer SheenatLP und mit dabei in diesem Infovideo ist der MegaTheGaming. Der wird euch jetzt was über unser neues Projekt MegaPlay erzählen. Ja, moin Leute, mein Name ist MegaTheGaming aka Patrick und ja, unter wir versteht man den SheenatLP und einen weiteren YouTuber namens ZockerPapa. Er ist, ja, 20++ Jahre alt, mehr erfahrt ihr dann später. Ja, wir haben das Projekt vor MegaPlay, das hat auf jeden Fall was mit Minecraft zu tun, wie ihr das seht. Also, wir wollen nicht zu viel spoilern, ne, tipp ich mal. Und ja, wir haben uns halt zusammengesetzt, haben uns dann halt dieses Projekt genau überlegt. Dieses Projekt wird dreimal die Woche kommen, montags, mittwochs und freitags, soweit kann ich euch das schon mal erzählen. Und wahrscheinlich wird das ab ca. nächste Woche über nächste Woche anfangen. Und ja, wenn es euch gefällt, Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, liken, teilen. Könnt ihr mal bei den beiden dreien Sichten vorbeischauen, das wird aus drei Sichten aufgenommen. Und ja, haben wir noch was zu sagen? Nein, hast du alles gesagt. Gut, dann verabschieden wir uns mit einem bis dann Leute, das war's vom kurzen Infovideo. Bis dann. Euer SheenatLP und MegaTheGaming. Ciao. Tschüss.